Maverick, einen wunderschönen guten Abend. Ich zünde später ein paar Autos an, das reicht, jawohl, genau, wie früher. Autos und gelbe Säcke, ganz schön. Ja, bin gespannt, Mission 7. Ja, wie gesagt, ich habe von der Video Experience ein bisschen geguckt, was einstellbar ist, habe aber nur einen Bruchteil der Optionen gefunden. Also, bin mal gespannt, wie es jetzt läuft. Okay, das geflackert ist immer noch da. Bleib lange genug in der Hölle und du siehst den Teufel. Wie sieht er aus? Wie erwartet. Oh man, das ist wie glaub ich. Zentralkommando. Offizielle Mission, nicht so doppeldeutig. Vielleicht versuchst du es mal. Für mich ist es zu spät. Könntest du uns zu Gusev bringen? Gusev. Ich bringe euch hin. Aber dann war es das für mich. Das ist nicht mehr mein Weg. Ihr kriegt, was ihr braucht und ich bin raus. Ich habe schon wieder Verzögerungen vom Ton, ne? Ich habe gesehen in den Videos, also in den Aufnahmen, ist das nicht der Fall. Aber hier habe ich das. Weiß nicht, warum. Ja, 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 ich habe auch gerade gedacht, Denzel Washington. Wie geil ist das denn? Ich habe genau den gleichen Gedanken. Oh, Panzer. Come on, geez. Da gab es früher auch geile Spiele. Come on, geez. Super geil. 5 Kilometer. Die Panzerei beschäftigt die Irakis. Ihr schleicht euch dahinter rein. Gusev wird euch nicht kommen sehen. Der Typ? Top Labor hat eine Seite. Come on, es ist möglich. Du hast ein Bit-Symbol mit einer 1. Bedeutet das, dass du der Erste bist, der Bits gespendet hat? Wahrscheinlich, ne? Gusev ist besser noch in einem Stück, wenn wir ihn finden. Das ist ein Kriegsgebiet, Adler. Deswegen komme ich mit. Irgendwer muss ja auf dich aufpassen. Das macht uns wohl zu einem Feuerzug, nicht wahr, Case? Oder den meisten, genau. Weil golden, ne? Gut, aber es trifft auch beides zu. Der Erste, der Einzige und am meisten. Oh, hier. Black Hawk Down. Was als Erster keine Kunst ist. Ey, exakt. Exakt. Den Montau. Da ist der Eingang zum Flughafen-Terminal. Das sieht doch wieder nach einem schönen Level aus. Der Luftangriff hat den Weg freigemacht. Ja, genau. Genau. Die Ludwig-Sevener Brücke. Kontakt. Scharfschützen auf der Überführung. Mörserfeuer. Schaltet sie auf. Hört die auf. Alla, ich treff dich nicht. Achso, fokussieren. Zwei alt. What? Ich wusste das andere Mörser-Team. Oh, Sniper. Die hätte mich voll erwischt, ne? Ich sage nur. Oh, hier. Macht sie fertig. Alla, ich warte schnell danach. Wir müssen diese Mörser stoppen. Oh, hier, hier. Das hätte er uns auge gehen können. Verschärkungen kommen aus dem Terminal. Die sind uns im Weg. Durchbruch. Habe ich noch ne Knarre? Jawoll. Oh, shit. Granate. Was für ein Knopf ist das zum Zurückwerfen? War das F? Das ging so schnell jetzt. Verschärkungen kommen aus dem Terminal. Die sind uns im Weg. Durchbruch. Oh, hier. Oh, hier. Was denn? Oh, boy. Super-Multiplayer, wo die 10-Jährigen drin sind. Durchbruch. Oh. Oh, geht weg. Nur noch ein Fahrrad. Bereit sicher. Gehen wir durch das Terminal. Gusevs Flieger ist auf der anderen Seite des Terminals. Das ist noch ein ziemliches Stück. Stimmt, beeilen wir uns. Sie stärken die Verteidigung. Verschleichen wir an ihn. Schleichen? Deuter, Feuerkläger! Gehen nach rechts! Überlegen links! Mehr Feinde! Hinten am anderen Ende! Hebe Dankungsfeuer! Sie sind totalisiert! Hebe Dankungsfeuer! Okay, warte. Falt erledigt! Der hat doch was der Explosives in der Hand! Ja, ne? Clever Case! Erwischt! Sicher! Dann nennen wir das Tor! Daher! Ist das ein Problem? Ich hoffe nur, dass Prozept das wert ist. Ist er! Welches Tor willst du denn öffnen, Digga? Das Tor, okay. Nee, nee, warte mal! Ich will in der Munition gucken! Boah, schreck mich nicht, Digga! Okay! Oh, so, ne? Ach, verdammt! Sie sind wegen des Blasiers! Erwischt! Hahaha! War da noch ein bisschen cleverer! Bisschen! Da liegt Munition! Scheiße! Diese Pantheon-Typen meines Ernstes! Aber jetzt weißt, womit ich's zu tun habe! Okay. Vorwärts! Was? Was? Fluss! Vorrücken! Da gab es doch schon mal in irgendeinem Call of Duty Teil den Flughafen, wo man da einen nehmen musste und Terroristen und in der ungeschnittenen Version auch Zivilisten töten konnte. War doch der schöne große Skandal. Könnte ich auch. Haha. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Okay, verno. Und weiter. Oh ja. Oh ja. Was ist hier denn los? Woah, woah, woah. Ladehemmung gehabt. Oh ja. Oh ja. Das ist echt nicht los. Oh ja. Oh ja. Boah, in der letzten Kugel! Danke! Aua! So, Munition wäre aber auch cool, ne? Auch durchgeladen? Okay. Gut. Alles sicher? Sicher, vorrücken! Sicher. Oh, leer. Okay. 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 Jeffy damals wieder voll in seinem Spiel. Danke. Ah! Panzerung, jawoll! Wir müssen zu Guse, bevor sein Flieger abhebt. Ja, ja, ja. Das ist doch alles gescriptet, macht dir keine Sorgen. Boah! Boah! Klauenhammer! Nachkampfwaffe, okay. Den haben wir ja schon bei der Zombies benutzt, das war ja schon ganz cool. Beide im Büro! Laden und entsichern! Ja, stimmt. Im Casino auch. Passt recht. Nrg-Schütze, rechte Seite! Verstärkungen auf der rechten Seite! Oh, wo-wo-wo-wo-wo! Oh, wo-wo-wo-wo! Oh, wo-wo-wo! Oh, Granate! Oh, eh wär's gewesen! Schnell weg! Wo-wo-wo-wo-wo! Okay. Wirst du auch keine Hand zu werfen, Digga? Wirst du auch keine Hand zu werfen, Digga? So, laden. Da. Bleib zu stehen. Glück gehabt, Digga. Du nicht. Wow, warte. Okay. Ich glaube, das sieht erstmal ganz gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Gläser? Da ist ein Krug. Ne, die Kaffeekanne. Okay. Okay. Warte. Ja. Ja. Oh, geht das wieder mit einem karmischen Flugzeug? Ja. Ich kann nicht laufen. Jetzt. Oh, mein Gott. 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 der 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 Weg Oh aber was wenn sie dazu soll ich kann mich bewegen oh ja noch fragen komm blatt nach Nackern die ist geil, ne? Naja, jetzt hätt ich aber erstmal gerne Munition, Leute, da. Ja, los Case, die Maschine ist da vorn. Ja, warte doch, Digga. Ah, okay, komm. Let's move it. Keine Chance, dass das Flugzeug abhebt. Es steckt zwischen uns und dem Panzern fest. Marshal, wir gehen jetzt an Bord. Verstand, zurück und weg. Die Koalition lebt unter Marsch. Ich bin kein Plan, keine Art, ich will Splitterrand. Oh. Und die will ich auch. Ah. Im Flugzeug baue ich ja einen Nahkampf, ne? Nehmen wir mal die Schotflinte anstatt die Schnippe. Durchkämmt die Kabine. Da gab es mal so eine geile Szene. Ich weiß nicht mehr, welchen Call of Duty das war. Wo er auch im Flugzeug war. Ich glaube, in Air Force One war das. Wo man die ganzen Terroristen ausschalten musste. Wir müssen uns beinhalten. Das war so geil inszeniert, ne? Alter, geh doch weg. 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 Oh nein. Hohoho. Du Aaaaaah. Komm schon Keis, wir müssen die Maschine sichern. Ja, die haben richtig Beinfreiheit, ne? Wie geil ist das denn? Ich muss uns mal die Airline angucken, wo die da fliegen. Okay, warte mal. Oh nein. Da ist wieder so ein Geschützter. Klang zumindest so. Ziele getroffen. Es gibt Geschenke auf Weihnachtsmarkt. Oh, oh, oh. Komm, trau dich. Ja, dich. Alles sicher. Geld. Okay. Oh, da ist jemand. Flugzeug. Falsche Fährte. Marshal, wir brauchen Augen auf Guusheft. Ich durchsuche das Gebiet. Die Panzer sind fast da. Papin, außerhalb von Terminal 3. Sie bringen ihn zu einem Frachtflugzeug der Armee. Terminal 3, die andere Seite vom Flughafen. Wir nehmen die Abkürzung über das Flugfeld. Was zum Teufel redest du da? Diese Panzer... Oh, fuck, Alter. Können wir vielleicht zum Panzer fahren? Das Flugfeld oder kein Guusheft. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Warum hat er immer recht? Ha. Guushefts Wachmaschine ist am anderen Ende der Rollbahn. Sie macht euch zu draußen fertig. Das schaffen wir nicht rechtzeitig. Ich lass mir was einfallen. Oh. Alter. Okay, hier geht Action. Was für eine Airline? Skygazer Airways. Alles klar. Was mit dir? Mit dir? Weckle euch. Wohin? Hier lang. Wo? Da. Ich find das geil. Also irgendwie... Ich find das geil. Also irgendwie... Und wenn ich was frage... Krieg ich immer Antwort, ne? Als würden die zuhören. Oh. Granate. Wir müssen weiter. Oh. Kein Problem. Von unten? Oder von dort? Alter. Ein Fahrzeug für uns. Oh. 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 Hat der den Bazooka? Gehabt? Oh, okay. Das ist wo? Wo soll ich denn hin? Ei, ei, ei. Da rein. Pass auf. Oh, den erwischt ich nicht. Der hält aber was aus, ey. Okay. Wie macht das Spaß? Die Staubbahn erreicht. Los, los, los. Das Flugzeug geht da? Feuer, okay. Nein. Oh. Du, der Schuss, Junge. Du, der Schuss. Und auch schnell angehalten, obwohl es so kaputt war. Wir müssen los. Komm schon. Sie sind schwierig zu finden, User. Zeit für ein Gespräch. Ja, genau. In anderen Spielen wäre es Cheat Mode. Goat Mode. Glaubst du das Sims? Die Kinderbilder waren schon drin. Alter, sie qualitet nicht. Ich sehe es gerade im Stream. Bring ihn zum Regen. Verstehe es nicht. Habe es länger keinen guten Kanal mehr gehabt. Sie haben einen biologischen Erreger. Die Wiege aus einem amerikanischen Labor. Das Pantheon wollte, dass ich ihn infektiöser mache. Gewandsamer. Die Opfer reißen sich in Stücke. Wie Tiere. Wer arbeitet noch mit Harold? Daniel Livingston? Nie von ihm gehört. Ich weiß nicht, warum sollten sie das verraten. Du lügst. Nein. Ich schwöre, sie gäbe nichts weiter raus, wenn nötig. Ich weiß, dass du mehr zu bieten hast. Case. Ich sag doch, ich weiß nichts. Wirklich, bitte, ihre müssen mir glauben. Sieh den Steckerkiss. Nein, echt. Stopp. Oh, muss sie nicht hier zu schaden? Ich kenne das Ziel nicht, aber ich weiß, wo die Waffe ist. Ich höre. Vorkuta. Ein altes russisches Gefangenenlager. Es diente als Bio-Waffenlabor, bevor es geschlossen wurde. Aber da gibt es noch alles zum Hochfahren der Produktion der Liege. Das reicht. Du kannst ihn entzogen. Was? Nein! Hoho. Es reicht. Wir haben gesagt, was er weiß. Du wirst auf deine alten Tage weich. Oh, Denzel Washington ist sehr lieb. Marshal, hast du alles gehört? Bestätigt. Der Hauptgewinn ist in Vorkuta. Ich informiere die anderen von unseren Reiseprägen. Verlässt die Wiege das Lager. Kann Pantheon sie jederzeit freisetzen. Überall. Millionen wären in Gefahr. Es liegt an uns. Millionen Dollar oder Millionen Menschen? Für immer. Bis zum nächsten Mal! див Vielen Dank.